Das dritte Paket ist von Wargaming selbst... Ich weiß auch nicht. Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Video hier bei YouTube, beziehungsweise die moderierte Version von Polyradar.de. Wer uns noch nicht kennen sollte, hier unten habt ihr die super Verlinkung direkt zu unserer Homepage oder zu Twitter oder Facebook. Wer gerne möchte, kann uns dort gerne folgen oder abonnieren. Wer natürlich die diversesten Neuigkeiten von News, Reviews oder ähnliches haben will, bei uns seid ihr eigentlich immer top aktuell dabei. Und das Wichtigste ist zu unserem Launch, wir haben schon einige Gewinnspiele rausgehauen im letzten Monat, wollen in diesem Monat quasi ein paar Special-Pakete rausschicken. Und zwar das Skylanders-Paket, zum einen, wo wir Skylanders-Figuren, Konsolenspiele und Shirts raushauen. Zum anderen das PC-Simulations-Paket mit dreierlei sehr coolen Aufbau- und Simulationsspielen. Und die dritte Gewinnspielreihe ist mit einem dicken Wargaming-Paket, was uns von dem Herrn Wargaming zugeliefert wurde. Und das dritte Paket kommt direkt von Wargaming und beinhaltet ein paar geile Goodies und Merch-Gegenstände, die wir an dieser Stelle nicht verraten. Wir wünschen an der Stelle allen Teilnehmern von euch viel Glück, macht zahlreich mit, wir freuen uns auf eure Teilnahme und alle Bedingungen oder Ähnliches findet ihr in den jeweiligen Videos. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Glück beim Mitmachen. Ciao.